Unsere Freunde in Hongkong, und darum geht es heute, rufen seit Jahren nach Hilfe. Leider ist es so, dass die Hilferufe nicht von allen erhört worden sind, aber von wenigen. Und diese wenigen haben sich versammelt, haben sich vernetzt. Und das hat auch einen Grund, denn wir wollen gemeinsam den Menschen in Hongkong helfen. Denn sie kämpfen für ihre Freiheit, für Frieden, aber auch um ihre persönliche Würde. Ein Film wie diese, wie viele andere, Es gibt auch gute Filme für die 2019-Movement, die nicht in Hongkong zeigen können. Wenn Sie die Filme zeigen, dann werden die Leute verletzten, die für drei Jahre verletzten werden. Erstens, die Menschen wie uns sind, sind in der Exile. Wir versuchen, Hongkong zu sprechen, zu sprechen, was sie nicht in Hongkong sprechen können. Das ist unsere Verantwortung, das ist unsere Aufgabe. Mein allergrößter Wunsch ist, Hongkong zu helfen und meine Heimat verbunden zu bleiben. Und ich hoffe irgendwann kann ich nach Hongkong zu holen. Wir werden eine neue Bewegung, eine größere, stärkere Bewegung in der Zukunft wiederholen. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe.